Hi und willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, wir machen heute mal ein Video, das etwas actionreicher ist als die letzten paar, denn gestern haben meine Fische nichts gefressen, morgen steht ein großer Wasserwechsel an und von daher ist heute ein guter Tag für ein Fütterungsvideo. Ich habe zwar schon mal ein Fütterungsvideo gemacht, allerdings hat sich ja in der Zwischenzeit auch was am Bestand verändert. Die Fische sind deutlich größer als beim letzten Mal und von daher dachte ich mir, okay, es ist heute noch mal an der Zeit, dass wir so ein Video machen können. Was ich jetzt heute füttere, das liegt auch schon direkt hier neben mir. Das heißt aber nicht, dass das das ist, was ich ausschließlich füttere. Ich habe auch einen Tag, wo ich unter der Woche ausschließlich Grünzeug ins Wasser mache. Da füttere ich dann in der Regel Salat oder auch anderes Gemüse, weil ich eben auch viele Fische habe, die gerade eben auf das Grünzeug auch angewiesen sind, was ihre Verdauung angeht. Dann habe ich aber auch einen Tag, wo ich ausschließlich Insekten lebend füttere. Heute ist eben das hier dran, der Tag mit der Lebendfütterung von den Insekten. Das kann ich natürlich gerne auch mal ein Video zu machen, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, was heute gefüttert wird, das ist das, was jetzt auch schon hier neben mir steht. Oder würde ich sagen, fangen wir auch direkt einmal an. Wir haben hier Sardinen, weil ich eben auch Fische habe, die ausschließlich Fisch fressen. Das ist beispielsweise mein Parachromes Dovi. Das ist ein reiner Fischfresser in der Natur. Klar frisst er auch mal anderes Gittier, was ihm so in die Quere kommt, aber in erster Linie eben kleinere Fische. Das ist eben dann so ein klassischer Fisch, der das auch auf jeden Fall braucht. Der auch sehr gut klarkommt mit so einer Fütterung, die eben sehr fettreich ist. Weil wenn ich so einen kompletten Fisch mit Kopf, mit Innereien, mit allem drum und dran verfüttere, dann hat das auch eben einen relativ hohen Fettgehalt. Es gibt Fische, die brauchen das. Es gibt auch andere Barge, wie zum Beispiel den Kampenbarsch, besser bekannt als Peacock Bass. Das ist ein Fisch, der braucht eben auch eine sehr, sehr energiereiche Nahrung, weil wenn er die nicht bekommt, dann mag er da komplett ab, weil er eben so einen hohen Umsatz hat. Es gibt aber auch andere Fische, die das eben nicht so in dieser Form brauchen. Wichtig bei diesen Sardinen ist, also was man auch füttern kann, sind Sardellen. Das fütter ich auch öfters. Sardellen sehen eigentlich genauso aus, nur etwas kleiner. Die Sardinen hier, die bevorzuge ich aber, weil ich die schön in größere Häppchen schneiden kann und die Fische, die dann eben ideal fressen können. Wichtig ist eben, dass man wirklich nur die kauft, wo noch der Kopf dran ist, wo noch die Innereien dran ist. Dennoch nur dann ist sichergestellt, dass der Fisch auch all die Nährstoffe bekommt, die er eben auch benötigt. Wenn man dann jetzt über andere Fische sprechen, wie beispielsweise meine Arovanas, das sind Fische, die in freier Wildbahn eher weniger Jagd machen auf kleinere Fische, sondern halt vorzugsweise Insekten fressen. Insekten zeichnen sich ja vor allem als Nahrungsquelle dadurch aus, dass eben sehr viel Protein enthalten, aber so gut wie überhaupt kein Fett. Und wo das dann auch der Fall ist, dass es beispielsweise hier bei Cocktailgarnelen oder auch die White Tiger Garnelen, aber auch die Miesmuscheln ist etwas, was man den Arovanas sehr gut füttern kann, ohne dass man Bedenken haben muss, dass die dann wirklich verfetten, wie es sehr, sehr oft der Fall ist. Es ist auch wichtig, dass man eben da eine gewisse Abwechslung drin hat. Wenn ich jetzt ausschließlich Cocktailgarnelen füttere, dann klar sind die Nährstoffreich, aber verschiedene Lebensmittel enthalten ja nicht immer die gleichen Vitamine, die gleichen Mineralstoffe, sondern beispielsweise Cocktailgarnelen sehr viel Vitamin E, dafür weniger Vitamin C. Das haben dann aber wiederum die Miesmuscheln. Auch wenn wir jetzt über Mineralstoffe sprechen, dann haben die Cocktailgarnelen sehr viel Selen, die Miesmuscheln haben sehr viel Zink und Eisen, aber auch viele Omega-3-Fettsäuren. Also man sollte einfach schauen, dass man wirklich sehr abwechslungsreich füttert, sodass die Tiere dann eben auch keinen Mangel erleiden, weil die Fütterung zu einseitig ist. Und das ist eben das, was ich immer probiere auch umzusetzen. Und das klappt auch wirklich gut. Meine Fische sind fit, gerade auch wenn wir jetzt über die Arovanas sprechen, da habe ich noch nie Probleme gehabt mit denen. Von daher fahre ich damit wirklich sehr gut und kann auch diese Dinge nur jedem empfehlen. Ich selbst kaufe das eigentlich immer in der Metro. Das heißt, das hat alles Lebensmittelqualität. Außer eben die Miesmuscheln hier, die habe ich jetzt in einem Frostfutter-Shop bestellt. Liegt aber ausschließlich daran, weil es die in der Metro so gut wie nie gibt. Jetzt habe ich natürlich auch noch einige andere Barsche drin, die sich alle in der Regel omnivor ernähren. Das heißt, da ist so ziemlich alles dabei. Es sind auch vor allem Molluskenfresser. Passt auch hier das mit den Miesmuscheln, mit den Cocktailgarnelen. Alles sehr, sehr gut. Hat man jetzt beispielsweise auch Fische im Becken, die einen sehr starken Rotanteil in ihrer Färbung haben, wie beispielsweise jetzt Zitronenbunkbarsche oder andere Amphilophus-Arten. Auch wieder die Arovanasen in meinem Fall, weil ich habe ja rote Arovanas. Da ist eben vor allem sind diese Cocktailgarnelen super geeignet, weil die eben auch noch etwas helfen, diese rote Farbe etwas zu intensivieren. So hat auch jeder Teil von dieser Fütterung so seine Vorzüge. Und von daher ist es immer wichtig, das Ganze so ausgewogen, wie es nur eben möglich ist, den Tieren anzubieten. So, zu guter Letzt haben wir hier jetzt noch zwei Flachtafeln. Und zwar ist das einmal Grill und hier haben wir dann noch rote Mückenlarven. Ich habe noch einiges mehr, wie beispielsweise Athenien, Turbifakes und so weiter. Das sind alles Dinge, die auch bei mir regelmäßig ins Becken reinfliegen. Bei den Dingen variiere ich wirklich bei jeder Fütterung immer so durch. Aber jetzt noch mal hier kurz, das Grill ist was. Das ist das Futter Nummer eins, wenn es wirklich darum geht, dass die Tiere rot werden sollen. Mit dieser Grillfütterung werden die wirklich ihre Farbe so was von intensivieren. Das ist, ja, es gibt eigentlich nichts, was so sehr die Farbe hervor pusht, wie eben dieses Grill hier. Das werden wir auch gleich auch mal sehen bei meinen Zitronenbuntbarschen. Hier zusätzlich noch ein paar rote Mückenlarven. Die schmeiße ich dann auch noch rein, weil ich habe auch in dem Becken viel Nachwuchs. Es sind teilweise Fische drin von zwei, drei Zentimetern, die sich irgendwo oben in den Pflanzenwurzeln verstecken und dann bei der Fütterung rauskommen. Und die fressen eben auch das hier. Aber auch die anderen nehmen sich ja immer gern was von. Auch meine ganzen Salmler und rote Mückenlarven ist einfach eine absolute Vitaminbombe. Also von daher ist es was. Das fliegt hier dann im Nachgang auch noch rein. Ich mache immer so drei Etappen. Das heißt, erst mal die großen Brocken. Danach fliegt das zusammen rein. Und zu guter Letzt kommt dann noch eine Handvoll Trockenfutter. Die meisten wissen zwar, dass ich kein Fan bin von Trockenfutter. Also ich würde jetzt nie die Fische ausschließlich nur mit einem fertigen Trockenfutter versorgen, weil ich der Meinung bin, dass es einfach nicht artgerecht ist. Wenn man sich mal anschaut, was die Tiere Natur fressen und was dann wirklich dort drin ist. Aber es gibt eben viele Fische, die auch ich übernehme, die dann vorher eine Zeit lang bei anderen Leuten saßen und eben nur dieses Futter bekommen haben. Die dann umzustellen dauert meistens sehr, sehr lange. Aber es gibt auch viel Trockenfutter, wo dann gewisse Stoffe wie sekundäre Pflanzenstoffe mit reingemischt werden, wie Carotinoine beispielsweise. Damit eben auch wiederum die Farbgebung intensiviert wird. Und deshalb fütter ich das im Nachgang noch etwas. Das heißt, die paar Fische, die da noch Lust und Hunger haben, die schnappen sich das dann auch weg. Und dann sind die eigentlich ordentlich versorgt. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt gar nicht noch hier länger rumquasseln, sondern ich mache das Futter jetzt fertig und dann gehen wir rüber ins Fischzimmer, denn die warten schon. Ganz allgemein fütter ich meine Fische immer zwei Tage in Folge und dann eben einen Tag Pause. Es gibt viele, die machen jeden zweiten Tag oder fütter nur zweimal die Woche. Ist meiner Meinung nach aber für so große Raubfische einfach zu wenig. Was ich hier jetzt zusätzlich noch auftaue, das ist Zanderfilet. Das bekommen die Rotflossen Antennenwälse momentan vorzugsweise, weil das eben nicht ganz so viel Fett enthält, dafür aber sehr viel Eiweiß. Aber auch die bekommen eben von all den anderen Futtersorten auch noch etwas. Gerade die kompletten Fische oder auch die White Tiger Garnelen, die größeren, die schneide ich etwas zurecht. Nicht, weil die Fische die nicht komplett schlucken könnten, da sind durchaus Fische bei, die so einen kompletten Fisch auch einfach mal schlucken könnten. Allerdings, wenn ich das alles etwas kleiner schneide, ist eben auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich jeder von allem etwas nimmt und somit einfach auch die Fütterung ausgewogener ist. Und das ist der Grund, warum ich das trotz der Größe meiner Fische auch immer noch relativ klein schneide. Und so sieht man, dass eben von allem in einem gut ausgehoben Verhältnis alles verfüttert wird und so bereite ich mir das hier immer vor. So, hier sind wir jetzt am Becken und man sieht es, die haben auf jeden Fall schon richtig richtig Kohldampf. Sind so gut wie alle hier vorne an der Scheibe. Die Zitronenbuntbarsche, die haben dort unten Nachwuchs und das ist auch der Grund, warum die ständig dann jetzt auch wieder abhauen dorthin. Ja, so sieht das dann meistens abends aus, weil die nämlich genau wissen, dass es eben Futter gibt. Das Licht, das dimmt sich ja auch selbst runter. Das heißt, das simuliert einen Sonnenuntergang. Von daher wissen die genau, okay, jetzt zu dieser Zeit ist es dann auch soweit, dass wir hier endlich Futter bekommen. Deshalb stehen sie auch schon hier oben. Da gibt es schon wieder Stress. Immer so, wenn es Futter gibt. Aber ja, fangen wir mal an. Ich stelle das Futter dann meistens immer hier oben hin. Mach da dann eine von diesen Doppelstegplatten weg, damit dort offen ist. Und dort fliegt es dann rein. Deshalb stehen es auch schon alle an dieser Stelle hier. Also, let's go. So, bevor ich es vergesse, die Pumpe, die mache ich natürlich immer aus, weil ich keine Lust habe, dass mir das ganze Futter da im Filter reinfliegt. Und im Moment, wo die Pumpe ausgeht, wissen sie halt auch, okay, jetzt fliegt es gleich rein. Und jetzt ist sogar das Pärchen hier oben, die Zitronenbuntbarsche, obwohl sie dort und ihren Nachwuchs haben. Da sieht man mal, wie die Prioritäten hier gesetzt werden. So. Ich muss auch immer aufpassen, jetzt aktuell, dass mir von den Arovanas keiner entgegenfliegt oder sogar rausfliegt. Deshalb, jetzt ist eben offen und dann schaue ich immer, dass ein Arovaner vielleicht nicht gerade mit dem Kopf in meine Richtung schaut, weil dann könnte das schnell in die Hose gehen. So. Jetzt. So. Jetzt sieht man, das große Fressen geht los. Und da schnappt sich eben jeder so das raus, was ihm eben am besten schmeckt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat, aber der Paracromes Tobi schnappt sich eben auch immer am liebsten die Stücke raus, die eben Fisch sind. Und da unten schnappt das jetzt auch gerade, dass sich ein Sardinenkopf gekrallt. Also das hier ist ja der Paracromes Tobi und der ist eben, wie gesagt, ein reiner Fischfresser. Und der braucht das eben und der nimmt sich das dann auch vorzugsweise. Wenn man dem das nicht füttert, dann fehlt einfach was. Von daher sollte man sich doch schon immer genau überlegen oder genau auch anschauen, was denn meine Tiere brauchen, was meine Tiere fressen. So. Jetzt liegt da oben natürlich noch einiges drauf. Ich warte immer, bis dann jeder jetzt gefressen hat, bis alles weg ist und dann fliegt die nächste Ladung rein. Was auch immer witzig zu sehen ist, jetzt hier diese Scheibensalmler. Egal wo man die jetzt nachschlägt, steht immer, dass das Pflanzenfresser sind, dass das reine Pflanzenfresser sind. Und die fressen hier bei mir so gut wie alles mit. Also ganz egal, was da reinfliegt, die fressen es weg. Klar, die fressen auch gerne Pflanzen, aber wenn sie jetzt wählen könnten zwischen Pflanzen oder so einer Muschel, Stück Schrimp oder was auch immer, werden sie immer das tierische Futter nehmen. Und das ist auch der Grund, warum meine Salmler so extrem gefärbt sind, weil normalerweise sind die relativ blass, grau. Und meine Tiere haben eben eine sehr, sehr starke Färbung hier am Kiemendeckel, orange, auch hier zur Schwanzspitze hin. Also da zeigt sich dann das Futter und die Qualität dann doch schon auch in den Tieren selbst. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was oben drauf liegen. Die Arrovanas, die haben natürlich immer noch Hunger. Jetzt ist der Teller leer, wie man sieht. Und wie gesagt, die Arrovanas haben immer noch Hunger, die würden auch immer noch fressen. Und das ist halt eben auch genau die Gefahr dabei, dass man die Tiere dann auch einfach überfüttert. Weil sie würden wirklich, also ich könnte da locker noch so einen kompletten Teller reinschmeißen, aber das sollte ja auch alles immer irgendwo im Verhältnis sein. Und wer an seinen Tieren wirklich lang haben möchte, der sollte auch nicht immer dem nachkommen, wenn sie wieder mal betteln, sondern auch einfach mal standhaft bleiben und sagen, nee, das reicht, das ist genug. Man tut dem Tier auf lange Sicht damit auch nichts Gutes. Auch wenn man in dem Moment vielleicht denkt, ach, der hat noch Hunger, der braucht jetzt noch was. Es sind auch mal Tage dabei, wo der ein oder andere Fisch einfach nichts abbekommt. Da muss er dann bei der nächsten Fütterung wiederum mehr Gas geben. Aber ich bin jetzt keiner, der so lange Futter reinschmeißt, bis jeder Fisch was gefressen hat. Der Grund dafür ist auch einfach der, die Fische gehen viel, viel intensiver ans Futter ran, wenn ich ihnen das Ganze nicht eben immer maulgerecht mache und so viel reinschmeiße, dass sie eben auch nicht davon ausgehen, dass sie jederzeit immer was bekommen. Deshalb ist bei mir hier auch ordentlich was los, wenn es Futter gibt, weil sie genau wissen, wenn ich mich nicht beeile, ist es leer und dann gibt es auch nichts mehr. Jetzt sieht man so ein paar, die auch noch jetzt was im Maul stecken haben, wie jetzt hier das Oskar-Weibchen oder auch hier hinten dran das Männchen. Und die brauchen einfach immer ein bisschen, auch hier der Dovi sieht man, ist noch am Kauen. Und es braucht immer so ein paar Minuten, bis die dann wirklich auch alles runtergeschluckt haben. Dann ist auch der Bauch entsprechend prall gefüllt. Bei den Arrovanas dauert das meistens nie so lange. Die sind immer relativ schnell, haben relativ schnell alles verschlungen. Jetzt stehen die Nächsten auch wieder schon hier oben, weil die eben wissen, da fliegt jetzt gleich noch was rein. Und was jetzt eben als nächstes kommt, das ist die Lade- und Grill mit roten Mückenlarven. Und die gehe ich dann jetzt noch mal schnell in die Küche holen. So, weiter geht's. Das habe ich jetzt hier drin. Und das fliegt dann einmal schön mittig nach hinten. Und ja, man sieht, die wissen das auch schon, dass meine Fütterung sich immer in drei Abschnitte unterteilt. So, wir wollen mal schauen, dass gerade kein Arrovaner dort schwimmt, sonst macht er einmal das Maul auf und dann ist die Hälfte schon wieder weg. Zack. So, jetzt gehen wir mal da ein bisschen näher dran, dass man auch was sieht. Auch meine Oscars, die wirken jetzt vielleicht auch auf dem Video nicht so riesig, aber die haben 40 Zentimeter und trotzdem gehen die da an dieses Kleinzeug ran. Man sieht es auch hier vorne, der Saimler, der schnappt sich da auch gerne mal wieder was. Und selbst die großen Barsche hier, auch hier unten die kleinen Bälse, die ich noch drin habe, für die ist es natürlich auch ideal. Und so kriegt dann auch tatsächlich jeder was ab. Es schwimmt, wie gesagt, auch einiges an Nachwuchs hier mit drin rum, ist jetzt aber schwer, da einen auszumachen. Aber die schnappen sich davon eben auch immer einiges. So, und in dieser Zeit, wo die Kameraden hier das jetzt leer fressen, füttere ich dann meistens meine anderen Fische. Ich habe ja eben noch dieses Becken hier, das ist mein Goldfischbecken. Ich habe das dort unten mit meinen Standard-Zierfischen. Hier ist das Becken mit den Welsen und dem 1000-Dollar-Fisch. Und dort oben ist mein Nachwuchs von Zitronenbundbarschen und Mesoheros Festae. Und hier sind, wie gesagt, die Welsen drin. Eigentlich wollte ich jetzt nur die Fütterung beim großen Becken zeigen, aber ich zeige euch jetzt gerade mal noch, wie das hier abläuft, wenn ich hier bei den Welsen was reinschmeiße, weil die haben mittlerweile auch ordentlich Dampf. Ja, bevor die jetzt demnächst umziehen, können wir jetzt auch gerade hier nochmal reinschauen und schmeißen jetzt auch hier eine Ladung Futter rein. Man muss sich überlegen, da sind nur drei Welsen drin und der 1000-Dollar-Fisch. Und die kriegen hier so eine riesen Ladung Futter, ein kompletter Becher voll, was fast die Hälfte ist von dem, was ins große Becken reinfliegt. Da sieht man schon, was diese Kameraden alles wegfressen. So, jetzt kommen sie auch schon raus, das kennen sie nämlich. So, dann verteile ich das hier immer schön. Man sieht es, wenn die hier loslegen, da hat die Einrichtung keine Chance. Also, wenn da irgendwo ein Stück Futter noch unter einer Wurzel liegt, das wird einfach weggeschoben, als wäre es nichts. Ja, und die Kameraden haben wirklich einen Kohldampf, der ist nicht zu bändigen. Und die sollen ja auch demnächst jetzt umziehen, zu mir hier eben ins große Becken. Momentan tue ich mir mit dem Gedanken noch etwas schwer, weil ich noch nicht richtig weiß, wie ich es organisiert kriege. Weil sehr, sehr wenig von diesem Futter wirklich auf dem Boden landet. Und ich muss mir da mal was überlegen, wie ich das dann realisiert bekomme. Ich bin dabei, die Tiere so weit zu bringen, dass sie mir auch außer Hand fressen. Der Größere von denen macht das auch. Das heißt, wenn ich oben was an der Wasseroberfläche halte, an Futter, kommt er hoch und frisst mir das außer Hand. Das wäre vielleicht eine Idee, sodass die wirklich auch genug Futter bekommen. Aber ich muss mir das noch überlegen, wie ich das genau mache. Auf jeden Fall sind die in so kurzer Zeit jetzt wahnsinnig gewachsen. Wer sehen will, wie die vor ein paar Wochen noch ausgesehen haben, der kann einfach mal hier oben rechts klicken. Dort sieht man das nämlich, die sind unglaublich gewachsen. Also Wahnsinn, aber einfach superschöne Tiere. Für mich der schönste Wels überhaupt. Wenn es so weit ist, dass sie hier raus können, denn sehr lange dauert es nicht mehr. Das ist ja nur ein 360 Liter Becken. Dann machen wir dazu natürlich auch ein Update. Und man sieht es hier, der Kollege schnappt sich jetzt noch die restlichen Futterbrocken. Und da ist jetzt auch in zwei, drei Minuten wirklich nichts mehr drin. Und man sieht es auch hier schon an seinem Bauch. Der steht jetzt ordentlich nach unten raus. Also die Tiere, die sind echt Wahnsinn. Finde ich absolut faszinierend. Da könnte ich wirklich auch ewig lang vor dem Becken sitzen. Wo viele mal sagen, Wels, die sind so langweilig, die liegen nur rum. Finde ich überhaupt nicht. Die haben so ein krasses Sozialverhalten. Auch die zwei untereinander, wenn die sich mal kappeln, da ist richtig was los hier im Becken. Also wirklich tolle Fische. Und ich hoffe, dass es dann auch klappt bei mir im großen Becken. Und die dann nicht zu kurz kommen und wirklich auch genug zu fressen kommen. So, aber jetzt gehen wir nochmal rüber ans große Becken. Und zwar haben wir ja gesagt, dass jetzt noch eine Ladung Trockenfutter rein fliegt zum Schluss. Und das wissen die nämlich auch. Auch jede Zitronenbuntbarsch. Der ist nämlich so ein Spezialist. Der wartet vor allem auf die Ladung Trockenfutter. Ja, es gibt Fische, die fressen das überhaupt nicht. Beispielsweise hier der Dovi. Der interessiert sich für das Trockenfutter überhaupt nicht. Also der wäre überhaupt nicht so zu füttern. Jetzt rein über so ein Fertigfutter. Die meisten anderen gehen aber doch schon gut ran. Und von daher schmeißen wir da jetzt mal noch eine Ladung hinein. Ja, und was fütter ich da? Das ist dieses Cyclicon Arowana Futter von Tropical. Und das ist eben für mich das Futter, das ich vertreten kann, wenn ich sage, okay, ich will jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr die rote Farben von meinen Fischen etwas fördern. Und dafür ist das gut geeignet. Aber wie gesagt, würde ich niemals ausschließlich als alleiniges Futter verwenden. So, schauen wir mal. Und wie man sieht, schmeckt denen das auch sehr gut. Da gehen auch teilweise die Arowana dran. Ja, haben wir uns gerade gesehen. Das ist vor allem aber auch eine Sache mit dem Trockenfutter. Wie eben schon erwähnt, wenn ich jetzt wirklich neue Fische bekomme, die schwer ans Futter gehen, die auch nur das kennen, den kann man das eben dann auch noch gut füttern, so als Übergang. Aber ja, so viel zur Fütterung. Und wie es scheint, haben sie auch tatsächlich alle was abbekommen. Also, ich merke das auch relativ schnell, wenn da jetzt einer dabei wäre, der nichts gefressen hätte oder der sich jetzt komisch verhalten hätte. Glücklicherweise sind die alle super fit momentan. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache jetzt die Fütterung hier noch fertig. Ich muss ja noch hier oben die Nachzuchten füttern. Auch die anderen, die Goldfische dort hinten, die brauchen ja auch noch Futter. Hier sind wir jetzt durch. Auch die Wälse haben jetzt was. Ich denke, das nächste Video in die Richtung werden wir dann machen, wenn hier nochmal eine Lehmfütterung ansteht. Das heißt Insekten, meistens Mehlwürmer, Heuschrecken, Kakerlaken und so weiter. Da ist dann auch nochmal etwas mehr los als jetzt, wie man sich sicher vorstellen kann. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.